Hallo, hier ist wieder Ihre Denise vom CasinoPlusBonus.com. Heute bin ich im Star Games Casino und ich gehe gleich mal auf die Hauptseite. Und das sind die drei, die viele bestimmt schon längere Zeit vermisst haben. Zumindest in der Online-Version. Jetzt wieder spielbar. Das Book of Ra. Wenn man sich jetzt nicht schon mit den Book of Dead von Play'n'Go doch schon so angefreundet hat, dass man sagt, will ich überhaupt noch das Book of Ra spielen. Aber natürlich Quatsch. Es sind hier alle Spielautomaten von der Novo-Gruppe da. Und hier können sie sich austun. Es gibt natürlich wieder Einschränkungen. Einschränkungen als erstes, dass man nicht höher als ein Euro setzen kann. Das erspart natürlich bei Bonusgeld weitere Einschränkungen. Denn mit also höher als ein Euro geht es so und so nicht. Und mehr kann man nicht spielen. Was hier natürlich auffällt in der deutschen Variante. Und ich gehe gleich mal auf Spielautomaten, auf die Slots. Es ist natürlich so, dass es hier auch keine Tischspiele gibt. So wie man das kennt, wenn man die Spieler da reguliert und einschränkt und sagt, du darfst nur das und das spielen und du darfst nur so hoch spielen, wie wir das festlegen. Das ist ja inzwischen nichts Neues. Da haben wir uns dran gewöhnt. So, es sei denn, es steht mal jemand richtig auf. So, es gibt wie gesagt jede Woche zwei neue Spiele. So, und diese Spiele werden hier natürlich unter Neue angezeigt. Es gibt eine exklusive Spieleseite und so weiter. Es gibt natürlich die Novo Line Klassiker. Hier sind sie alle vertreten, so wie man sie kennt und liebt. Von der Spielothek her gesehen. Und dass man dann das ganze Buchclub nennt, finde ich auch witzig. Denn es sind ja noch ein paar mehr Book-Off-Spiele drauf. Das Softwareangebot ist hier nicht ganz so riesig. Es sind nur drei Anbieter drauf. Aber im Endeffekt ist es natürlich so, dass die Fans von dieser Novo Software hier vollstens bedient werden und entsprechend spielen können. Viele weitere Informationen finden Sie natürlich wie immer bei uns auf der Webseite casinoplusbonus.com und den direkten Link, den sende ich dann am Ende vom Video. Kommt der mit. Dann geliefert und einfach anklicken und dort sich nochmal durchlesen. Hier hätten wir dann so die 1-Cent-Spiele. Also für die, die ganz tief spielen wollen. Und macht eigentlich ganz gut Sinn, wenn man eh nicht ganz so viel einzahlt und etwas mehr Spaß haben will oder länger Spaß haben will. Natürlich sind bei 1-Cent-Spiele die Gewinne natürlich dann auch nicht ganz so groß. Aber bei kleinen Einzahlungen macht das dann schon im Prinzip auch einen Sinn. So, und hier sieht man Freispiele. Das sind die Freispiele, die es dann gibt. Und zwar, Sie haben 10 Freispiele verfügbar. Wollen Sie die Freispiele jetzt einlösen? So, und dann kann ich natürlich hier mal loslegen und könnte jetzt sagen, ja, ich möchte jetzt mal die 10 Freispiele einlösen. Und ich zeige jetzt mal, wie es funktioniert. Das Book of Ra ist natürlich der Klassiker. Es ist zwar die Vorstellung vom Star Games Casino, aber hier kann man doch mal die 10 Freispiele vom Book of Ra abdrehen mit einem Satz von 50 Cent. Das ist doch auch nicht schlecht. Und jetzt müsste ich mal schauen. Ich mache mal den Ton aus. Also, Moment, hier aus. Ist er weg. Ach, jetzt ratzelt es nur noch. Oder ich müsste jetzt alles ausmachen. Hat auch nicht funktioniert. So, mal sehen. Jetzt. Jetzt. Also, war ja klar, hier. Alles abschalten. Irgendwie bin ich es nicht mehr gewöhnt. So, und jetzt ist das natürlich strauchig, weil ich schon 5 Spiele runtergespielt habe. Und nichts ist passiert mit meinen 10 Linien hier. Das ist natürlich sehr schade. Schön wäre es, wenn man das zeigt hier gerade, dass da auch ein bisschen was gewonnen wird. 25 Cent. Na gut. Das ist natürlich nicht das, womit man rechnet. Aber im Prinzip sind ja dann, und das können wir dann gleich noch einmal schauen, die anderen Spiele müssten auch noch da sein, die anderen Freispiele. So, und jetzt sind das dabei. Also, 75 Cent habe ich gewonnen. Und wenn wir hier noch mal schauen. So. Kommt's. Jawohl. Also, es lädt jetzt noch mal das Book of Rade Luxe. Und das brauchen wir jetzt natürlich nicht. Darum gehen wir jetzt noch mal zurück. Weil wir haben es ja gerade gespielt, nur jetzt sind die Freispiele abgedreht. und jetzt ist das natürlich auch weg. Und das waren jetzt die Freispiele, die ich gespielt habe. Hier im, ich hätte jetzt noch wählen können, jetzt ist das auch weg. Sehen Sie hier. Also, das waren jetzt die zehn Freispiele. Jetzt habe ich 80 Cent drauf. Also, wie gesagt, es hat nicht besonders gut geklappt. Schlechtes Beispiel. Aber, jeder Spieler weiß, dass man natürlich nicht immer gewinnen kann. Aber, Sie können zwischen den drei Freispielen wählen. Ich habe das Book of Rade jetzt einfach mal genommen, damit, man es wieder mal sieht. Aber, wie gesagt, es hatte nicht funktioniert. Also, 80 Cent, aber besser wie nichts. Und, manchmal ist es ja auch so, dass man 80 Cent schneller mal abspielen kann. So, apropos abspielen und einzahlen. Das schauen wir uns jetzt auch noch mal an. Es ist natürlich möglich, hier dann entsprechend einzuzahlen, wie man das kennt, mit Klarna, mit der PSafe-Card und natürlich auch Skrill. Und, das finde ich schon mal lobenswert, dass es Skrill und Neteller hier gibt. Und, man sieht dann sofort, wie viel man bekommt. Also, wenn ich jetzt hier sage, ich zahle 30 ein, dann kriege ich auch 30. Also, ich kriege immer nur 30 Cashback. Und, entsprechend kann ich das dann abspielen und ich kann das Cashback auch aufgeben. Also, wenn ich jetzt sage, ich möchte gar keinen Cashback haben, ich möchte überhaupt nicht damit spielen, dann ist das im Prinzip auch möglich, das abzuwählen. so, und dann hat man dann natürlich hier seine Übersicht über die Spielerkonten und so weiter, aber, das ist das, was man dann sicher auch selbst entdeckt und entsprechend sich anschauen kann. und hier haben wir nochmal alle Book of Ra's in allen Variationen, die es bis jetzt so gibt, eben nochmal aufgelistet. Also, wie gesagt, das waren die 10 Freispiele, die wir jetzt mal gespielt haben, mit mäßigem Erfolg. Vielleicht klappt es bei Ihnen besser und immerhin gibt es ja dann 30 Freispiele ab einer Einzahlung von 30 Euro. Da könnte doch etwas mehr gehen. Wie gesagt, ich hatte hier 10 Freispiele, da hatte ich etwas mehr gewonnen, aber insgesamt finde ich das natürlich ein schönes Casino. Es ist nicht allzu groß, braucht man auch nicht. Es reicht vollkommen aus. Begrenzung auf 1 Euro, naja, was soll es da dran. Ich bin davon nicht begeistert, weil es einfach ungerecht ist. Also, wenn ich doch spielen kann, dann sollte es auch mir überlassen sein, wie hoch ich das dreh oder wie hoch ich das spielen will. Aber das ist eine andere Geschichte und wer meine Beiträge liest, der weiß auch, dass ich damit nicht zufrieden bin und mich aber damit zufrieden geben muss, wenn man da eben mitspielen will. Jetzt kann ich nur noch viel Glück beim Star Games Casino und im Book of Ra bei den 10 Freispielen wünschen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihre Denise. Tschüss. 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 Tschüss.